Und die beste Art und Weise, wie ich euch das erklären kann, ist, wenn ihr es seht. Und ich hoffe, dann habt ihr eine Vorstellung. Wir leben in einer schwierigen Zeit, wo die Botschaft noch wichtiger ist, vor allem wegen Covid, wo wir sehen, dass es in die Richtung Finsternis sich begeht. Und das, was die Leute dachten, was nie geschehen wird. Denn viele Adventisten, die glauben, dass dieses Sonntagsgesetz in die Zeit der Trübsal weit in der Zukunft liegt. Aber nur wenige, die die Schriften sorgfältig studieren, sehen, dass die Ereignisse langsam vor unseren Augen schon ablaufen. Und lasst uns erst mal das Video anschauen und dann kommen wir zum Thema für heute. Und wir arbeiten in Ecuador die letzten drei Jahre. Wir haben dort Bibeltrainingsschulen. Und diese Schulen sind für Menschen, die sich das nicht leisten können, es ist komplett frei. Und sowohl das Training und die Unterkunft ist alles frei. Wir überleben nur aufgrund der Spenden, die aus Amerika kommen. Und all die Arbeit, die dort getan wird, die tun die Studenten und die Mitarbeiter. Die Gebäude, die dort aufgerichtet werden und alles andere. Wir hatten letztens einen großen Sturm. Und er hat unsere Gewächshäuser niederzerstört. Und ihr seht mich immer mit Anzug bei den Vorträgen bei Melbourne, aber es ist nicht immer so. Auch Prediger müssen ihre Hände dreckig machen und mit der Erde arbeiten. Aber ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Okay, jetzt ist es. Die Zeit des Endes kommt sehr bald. Und die dunklen Wolken, die werden immer noch dicker und dicker. Finsterer und finsterer. Und es braucht Menschen, die die Sünde bei ihrem Namen nennen. Und Gott möchte, dass Familien und einzelne Personen ein Licht sind. Und dieses Missionszentrum hier wurde gegründet, damit es diese Ausbildung für Menschen in verschiedenen Bereichen ermöglicht. Landwirtschaft, Gesundheitsarbeit. Und wir wurden bereits gesegnet durch Gott, auch wenn wir nicht viel haben. Wir haben bereits ein Gebäude errichtet für die jungen Damen. Und wir wollen auch einen Ort dort zur Verfügung stellen, wo wir verschiedene Dinge unterrichten können. Für die harte Zeit, die vor uns liegt. Aber jetzt mit dieser klaren Vision, vor der Gefahr, die vor uns liegt. Das sind unsere Gewächshäuser. Und das ist das, was jetzt passiert ist, vor kurzem. Und wir geben auch die Nahrung an die Nachbarn weiter. Das sind einige meiner Studenten. Wir versuchen auch, bessere Schlafmöglichkeiten zu schaffen. Und wir haben es aus Holz gebaut, aber da gibt es keine richtige Dämmung. Es ist alles offen. Das ist das Zimmer, das Haus von den Frauen. Hier haben wir den Unterricht und die Gemeinde. Und neben dem Studium des Wortes haben wir noch gesehen, dass es notwendig ist, auch andere Dinge zu unterrichten. Handwerk, Schreinerei. Und das, was wir brauchen, sind verschiedene Maschinen. Das ist das einzige Transportmittel, was wir dort haben. Und das ist das, was wir uns leisten können. Und wir gehen im Glauben voran. Und das ist das, was wir da machen. Und wie ihr hier sehen könnt, all die Arbeit, die wird von unseren Mitarbeitern und Studenten durchgeführt. Wir können uns das nicht leisten, einen professionellen Arbeiter dort einzustellen. Und die Studenten, die können es sich nicht leisten und nicht bezahlen. Wir lassen sie einfach kommen. Wir rechnen, wie viel wir aufnehmen können. Und so kommen sie für drei Monate, drei Monate, sechs Monate. Und so kommen sie für einige Monate zum Training zu uns. Und es ist Gottes Plan, dass das Volk Gottes sich außerhalb von Städten aufhalten und dort Plätze schaffen. Wir brauchen eure Unterstützung und eure Gebete und Spenden. Und die Zeit ist sehr knapp. Und die Zeit, zu handeln, ist jetzt. Denn Jesus kommt sehr bald wieder. Und wir sehen, dass durch diesen Sturm ein großer Schaden eingerichtet wurde. Das ist jetzt zwei Wochen, liegt das zurück. Und das Gebäude, wo die Mitarbeiter untergebracht wurden, wurde komplett zerstört. Und auch unser Lagerplatz, wo wir all das, die Pflanzen und die ganzen Speisen hatten. Und wie ihr sehen könnt, ich wusste zu der Zeit nicht, dass Gott mich da hinschickt. Und ich war dort in einer Gemeinde in Florida. Und eines Morgens wach ich auf. Und hatte Gemeinschaft mit Gott, wie ich normalerweise das auch habe. Und der Herr sprach zu mir, du musst hier den Ort verlassen, nach Ecuador ziehen. Es gibt Arbeit für dich dort. Und meine Frau, sie war dort, sie hat dort einige Arbeiten getan, aber ich habe sie nur unterstützt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich auch dort sein werde. Und der Herr, der sprach zu mir. Und ich habe dem Heiligen Geist gehorcht, wie er führt. Und drei Tage, nachdem ich dort ankam, Da sind einige Personen zu meiner Frau gekommen und haben gesagt, wir beten um ein Camp-Meeting. Und der Herr hat uns aufs Herz gelegt, dass dein Ehemann kommt und uns helfen wird. Kannst du ihn bitte in den Staaten kontaktieren für uns? Und sie haben nicht gewusst, dass ich bereits schon vor Ort war. Und ich wusste auch nicht, dass sie kommen wollten und danach fragen würden. Und von diesem Meeting, von diesem Treffen, das war gerade zu der Zeit, wo Covid ganz überall war. Und zu der Zeit, wo man gesagt hat, man darf sich nicht versammeln und man muss Masken tragen, hatten wir über 300 Leute dort. Niemand ist krank geworden. Niemand kam da mit nichts. Und niemand hatte dort etwas. Und der Herr hat uns gesegnet. Und von dem Moment haben wir es angefangen. Und das ist das, was wir machen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr mich nachher ansprechen. Und lasst uns jetzt zurückgehen und dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, in Daniel Kapitel 12, Vers 1. Und die Bibel sagt uns, es gibt eine Gnadenzeit, die bald schließt. Und Daniel 12, Vers 1 heißt, zu jeder Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Und thy people shall be delivered, everyone found written in the book. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in deinem, in dem Buch eingeschrieben findet. Und schaut mal, was die Bibel sagt, das Volk wird was, es wird gerettet, jener, der wo steht, in dem Buch. Let's see something here, I'm sorry, just bear with me a little bit. Ein wenig Geduld mit mir. I was dealing with some things, people were calling me, I didn't get a chance to get a lot of sleep last night. But anyway, that's how it goes. Let's see. If you shut the door, probation code, okay, something's missing. You just messaged me? Okay, okay. Oh. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Menschen kamen mit Fragen zu mir, deswegen habe ich so viele Sachen hier offen. Okay, I'm going to find, here, this one I'm looking for. Okay. Alright. Gestern haben wir herausgefunden, dass es zwei Aspekte für diese geschlossene Tür gibt. Und oft hört ihr, dass die Gnadenzeit für die Adventisten zuerst schließen wird. Wir haben gesehen, dass das Wort Gnadenzeit nicht das richtige Wort ist, wenn man für das Schließen der Gnadenzeit für die Adventisten spricht. Because there's only one close of probation. Denn es gibt nur eine, eine Gnadenzeit, die schließt. Und das ist die Arbeit, und das ist die Zeit, wenn Jesus den Dienst im Allerheiligsten als Hochpriester betrifft. None of us know how soon that will be. Niemand weiß, wann genau das sein wird. But we see that there are signs of the times that tell us that that probationary period is closing. Aber wir wissen, dass es Zeichen der Zeit gibt, die uns zeigen, dass diese Gnadenzeit zu Ende geht. But is there a possibility that some type of probation closes on Adventists before the rest of the world? Aber kann es sein, dass die Gnadenzeit für Adventisten früher zu Ende ist als für alle anderen? The term, there is such a thing, but it is not called probation. Es gibt sowas, aber es wird nicht Gnadenzeit genannt. It's called a shut door. Sondern es wird die geschlossene Tür genannt. In the early history of Adventism, there were two shut doors. In der Geschichte der Adventisten, da gibt es zwei geschlossene Türen. The first one we studied yesterday, about the door was shut to the holy place, and a door was opened in the most holy place. Die erste Tür ist, die geschlossen wurde im Heiligtum, und die zweite, damit die im Allerheiligsten geöffnet wird. And we found out what that meant, and that was talking about the time of judgment, based on Revelation chapter 3. Und wir haben herausgefunden, was es bedeutet. Es ist die Zeit des Gerichts in Offenbarung, Kapitel 13. Let me just review with you for just a moment. Ich möchte das nochmal wiederholen. We found out there were two aspects, there are two aspects of the shut door, a shut door in the sanctuary, and another shut door that deals with the rejection of the message, and what happens when one rejects that message. Also es gibt zwei Aspekte dieser geschlossenen Tür. Das erste ist, die geschlossene Tür im Heiligtum, und das zweite ist, die geschlossene Tür, die als die Botschaft abgelehnt wurde. Und was passiert, wenn man sie ablehnt? Und da gibt es diejenigen, die diese Botschaft angenommen haben, aber später abgelehnt haben. Now, first of all, let me ask you a question. Do you believe our message originates with God, or do you believe our message originates with the pioneers? Glaubt ihr, unsere Botschaft hat den Ursprung in Gott, oder in den Pionieren? You say God? Ich sag Gott. All right. Nun gut. If I ask you, okay, what is our message, what is the two major basic ideologies of our message? First of all, it's coming from the gospel. It's the gospel. Nun, als allererstes, auf welche zwei Dinge beruht unsere Botschaft? Als allererstes, es ist das Evangelium. The gospel is going to deal with salvation and righteousness. Und das Evangelium, da handelt es um Errettung und Gerechtigkeit. But also, because we have the everlasting gospel, we deal with salvation, righteousness and judgment. Aber weil wir das ewige Evangelium haben, geht es dort nicht nur um Errettung, Gerechtigkeit, sondern auch um das Gericht. Aber wie können wir das aus der Bibel prüfen, dass unsere Botschaft von Gott kommt, bereit von dem Thron? Schlagt mit mir Psalmen. Schlagt mit mir Psalm 89 auf und wir werden sehen, dass wir nicht wie die anderen evangelischen oder protestantischen Kirchen sind. Sondern wir sind ein Volk, was in diese Welt hineingeboren wurde durch Prophetie. With the understanding of God's plan of salvation, his love, his grace and his mercy. Und wir wissen, wir kennen den Plan der Erlösung, seiner Liebe, seiner Errettung und Gnade. And prophecy is very much a part of that. Und Prophetie ist ein Teil davon. Als Adventisten gehen wir nicht in ein Extrem oder in das andere. Wir haben diese wunderbare Gleichgewicht, die Liebe Gottes, das Gericht und die Prophetie. Und dieser Plan der Wiederherstellung für die Menschheit. Schaut mal, was die Bibel sagt in Psalm 89, Vers 15. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. What is the head? The word habitation here is the Hebrew word and it means foundation. Und das Wort im Deutschen heißt es direkt Grundfeste. What is the foundation of God's throne? Was ist das Fundament von Gottes Thron? Justice. Gerechtigkeit. Or Gerechtigkeit, righteousness and judgment. Recht und Gerechtigkeit. All right, don't miss that. Oder Gericht. All right? Verfass das nicht. And then it says mercy and truth. Und dann Gnade und Wahrheit. Go before his face or before his presence. Sind vor seinem Angesicht her. Look at Psalms 97, 2. For in the mouth of two witnesses, let a thing be established. Let's take a look. Psalm 97, 2. Es heißt, man braucht zwei Zeugen. The Bible says in Psalms 97, 2. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of thy throne. Psalm 97, Vers 2. Wolken und Dunkelheit sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. What is the habitation of God's throne? Was sind die Grundfeste seines Thrones? Righteousness. Gerechtigkeit. And judgment. Und Recht. So if these are the foundations of God's throne, what type of message would God bring in the last days? Und wenn das das Fundament von Gottes Thron ist, welche Botschaft wird er am Ende der Zeit bringen? When the world is sitting in darkness and immorality and evil seems to be prevailing. Wo die Menschheit in finsternis sitzt und das Übel und das Böse so überhand nimmt. When legalism and liberalism have gone to two extremes. Wo wir Gesetzlichkeit und liberalismus in diesen Extremen jetzt wiederfinden. What type of message would he bring? Welche Botschaft wird er bringen? He has to send a message from his throne on righteousness. Es muss eine Botschaft von seinem Thron kommen. Von Gerechtigkeit. Von his throne on judgment. Und Recht. Is that true? Ist das wahr? Then look at Revelation 14, 6 and 7 with me again. Dann schaut mal mit mir in Offenbarung 14, Vers 6 und 7. The Bible says, And I saw another angel fly in the midst of heaven. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth to every nation and kindred and tongue and people. Und die Bibel sagt, Und ich sah einen anderen Engel in mittel des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation, jedem Volkstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Der sprach mit lauter Stimme, Fürstet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Now I want to stop for just a moment. Und ich möchte hier kurz innehalten. What is the everlasting gospel? What is that gospel? What is that gospel? It is the gospel. Go to Romans 1, 16. Römer 1, 16. Let's see what the everlasting gospel is. Was, und wir werden sehen, was das ewige Evangelium ist. Romans 1, 16 and 17. Römer 1, 16 and 17. The Apostle Paul is speaking. Und der Apostle Paulus spricht hier. And Paul says, For I am not ashamed of the gospel of Christ, For it is the power of God unto salvation, To everyone that believeth. Und denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und danach für den Griechen. To the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed, From faith to faith, as is written, That just shall live by faith. Denn es wird darin geoffenbart, Die Gerechtigkeit Gottes, Aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, Der Gerechte wird aus Glauben leben. What is in the gospel of Jesus Christ? Was is in the gospel of Jesus Christ? The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. Righteousness of God, which is by what everybody? By faith. Die Gerechtigkeit Gottes, die wodurch kommt? Durch Glauben. Where is that in? Wo finden wir das? That's in the everlasting gospel. Das is in the evangelium. But where is that gospel coming from? Aber woher kommt dieses evangelium? The throne of God. Vom Thron Gottes. What is the foundation of his throne? Was is das Fundament von seinem Thron? Righteousness and judgment. Gerechtigkeit und Recht. Righteousness deals with character. That's why the Bible said, and we'll see that in a minute, and Righteousness deals with commandments. And the scriptures. And the Holy Ghost. I'm not making anything up. I'm telling you what the Bible still tells us. Let's take a look for just a moment. Righteousness deals with character. Now remember, Paul says, I'm not ashamed of the what? Gospel of Christ. And what sagt Paulus? Ich schäme mich des Evangelium Christi nicht. What is the ultimate purpose of the gospel? Was ist das Ziel von dem Evangelium? Go to me in 2 Thessalonians 2, 14. 2 Thessalonians 2, 14. The Bible says, Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit er die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Did you notice what the ultimate purpose of the gospel is? Seht ihr hier, was das Ziel von dem Evangelium ist? Because the ultimate purpose of the gospel is God's ultimate plan from the very beginning for the salvation of mankind. Denn das Ziel von dem Evangelium war Gottes Plan von Anfang an zur Rettung der Menschheit. When God made man, he made man in his image. Als Gott den Menschen machte, machte er zu seinem Weg. In 1. Mose 1, 26. You remember Genesis 1, 26, don't you? Kennt ihr diesen Vers? And God said, Let us make man in our image and after our likeness and let him have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth on the earth. So God made man in his own image. In the image of God made him. Male and female created he them. Und da heißt es, Und Gott sprach, Lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sich. God made man how? Wie hat Gott den Menschen gemacht? In his image. In seinem Bild. And when man lost the image because of sin, und als der Mensch sein Bild verloren hat wegen Sünde, the plan of redemption is introduced. Da wurde der Plan der Erlösung eingeleitet. It is not an afterthought. Es ist kein Gedanke, der erst später kam. But it's a plan that was laid before the foundation of the world. Jesus coveted with his father that if man should sin, und Jesus hat mit seinem Vater gesprochen und gesagt, wenn der Mensch sündigen soll, I will give my life for the human race. A plan laid at the foundation of God's throne before the world was created. Ein Plan wurde bereits gelegt vor, bevor die Menschheit geschaffen wurde. And so we find that the purpose of God is to restore the image of God in man. Und so sehen wir, dass der Plan Gottes ist, dieses Bild in den Menschen wiederherzustellen. So what is your purpose for being in church? Also was ist euer Ziel, einfach nur in der Gemeinde zu sein? To have songs? Lieder zu singen? Yes. Ja. To entertain? Um unterhalten zu werden? No. To study? Yes. Ja. To become more like Jesus? Um mehr wie Jesus zu werden? In the church and in the home? In der Gemeinde aber auch zu Hause? Yes. To commune with God? Mit Gott Gemeinschaft zu haben? To know him? Ihn zu kennen? And for him to know you? Und dass er auch euch kennt? It is not enough to come to church and just listen to a sermon. Es ist nicht genug, einfach nur in die Gemeinde zu kommen und in einer Predigt zuzuhören. It is not enough to scroll through your computer or on your phone and watch every little video that comes out. Und es ist auch nicht, es reicht nicht aus auf dem Handy oder auf Computer runter zu scrollen und jedes Video anzugucken, was dort ist. You must take time to commune with God and listen to the voice of God. Some people have a Bible in their hand and say, Lord, I want you to speak to me. Und manche haben die Bibel in der Hand und sagen, Gott, ich möchte, dass du zu mir redest. And they get on their knees and they're waiting for God to speak to them. Und sie fallen auf die Knie und warten, dass Gott zu ihnen redet. But they forgot one thing. Aber sie haben eine Sache vergessen. God has spoken to you through 66 books. Gott hat zu euch gesprochen God has spoken to you from the Bible itself. And we're told in testimonies to the church that the Bible is the voice of God speaking to us as verily as if we were an audience with the infinite. Und in den Zeugnissen da heißt es, dass Gott durch die Bibel zu euch persönlich spricht als ob wir eine Audience mit ihm habt. So how is it you can say, God, speak to me, forget on your knees and wait for a voice when the voice has been speaking to you through all these different pages. Und wie kann es sein, dass ihr auf die Knie betet, Gott spricht zu mir, wenn Gott bereits durch diese vielen Seiten zu euch spricht. As Adventists, we don't not move always, we are not people that move totally on emotion. Und wir als Adventisten sind nicht Menschen, die nur durch Gefühle bewegt werden. und ihr werdet auch viele Emotionen haben hier und da. Und ihr werdet Freude haben, die die Welt nicht wegnehmen kann. Und ihr könnt wie Jeremia sein in Jeremia 15, 16. Und ich habe dein Wort gefunden und es war mir eine Freude, denn Jeremia 15, 16. Da heißt es, Als ich dein Wort fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, O Herr, du Gott, der Herrscher. In other words, when you get up in the morning, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, da müsste mit der Einstellung kommen, dass ihr lernen wollt. Ihr wollt, dass der Herr euch die Wege beibringt. Wenn ihr zum Beispiel eine Predigt halten sollt oder die Sabbatschule, es ist nicht der Grund, zu studieren in a way where, man, ich werde das, ich werde das, das, oh, das kann be gut. No. Wait until I bring this out, this is going to be deep. That is not the reason why you should pick up the word of God. Even if you've been assigned by someone to bring a message, God's word is more than that. It is not about you winning an argument or making your point. It is not about you winning an argument or making your It is about you knowing God and spending time and having an understanding of the sacredness of the work he's called you to do and the importance of the souls that you about to meet or talk to. It is not elegance. It is your faith. Your belief. Your willingness to live out of love for God. and no one can answer those and no one can have that experience except you individually. And no one can have that experience except But let's go a little bit closer. Notice that Romans 1 16 says for therein is the righteousness of God revealed. So here is a message of righteousness in the Gospel. And then with that look what else it says in Revelation 14 7 the first line. Fear God give glory to him for the hour of his judgment is come. What is come? Judgment. Righteousness and judgment and Gerechtigkeit coming from where? The throne of God. That's where our message as Adventists originates. Ellen White and the pioneers are instruments in carrying that message that came from the throne of God. and you'll see that more. But let me take you a little closer. Now we went over this yesterday so I'm going to pick up where we were supposed to pick up last night. We were dealing with Revelation chapter 3 verse 7 and we dealt with the issue of the church of Philadelphia for a moment. We found out that God gave the church of Philadelphia the key to the house of David the key of the house of David deals with judgment. And it was the knowledge of the book of Daniel because remember a key opens things. And we found out that we found out from yesterday that the key was the key of knowledge and the knowledge was the book of Daniel 8 14 And we have found that this Schlüssel the Schlüssel for Weisheit and Erkenntnis is and this book Daniel 8 14 And it is that Jesus from the holy place to most holy places and notice what it says here the key of the house of David was the knowledge of the book of Daniel concerning the knowledge of the hour of God's judgment which is connected with the first angel's message All right then we found out that judgment begins where at the house of God Now I want you to keep this in mind because of where we're going Now what is the house of God because we said judgment begins at the house of God what is the house of God to be sure 1 Timothy 3 15 But if I tarry long that thou mayest know how thou behave thyself in the house of God which is the church of living God the pillar and ground of truth The house of God is the church of the living God God So what it says here we found here the door was not open this is the first shut door right here Hier heißt es, die erste Tür wurde geöffnet. Das ist die erste geschlossene Tür. Da heißt es, diese geschlossene Tür, es war die im Heiligtum, die Jesus geschlossen hat, um sie zu öffnen für das Allerheiligste. Und wenn ihr dort mehr ins Detail gehen wollt, könnt ihr euch die Predigt von gestern anschauen. Aber ich möchte euch den zweiten Aspekt von dieser geschlossenen Tür zeigen. Denn diese Geschichte demonstriert, dass es für Adventisten eine geschlossene Tür geben wird, vor dem Ende der Gnadenseiten. Aber der Sinn von heute ist, dass wir identifizieren können, was diese zweite Tür ist. Und das Beste, was ihr tun könnt, ist, in den Schriften nachzulesen und auch in der Bibel. Und diese zweite geschlossene Tür, da heißt es, diese zweite Tür handelt davon, wenn man eine Botschaft ablehnt und was passiert daraufhin, wenn man die Botschaft ablehnt. Und die andere Gruppe ist, wenn sie diese Botschaft aufgenommen hat, aber später wieder abgelehnt hat. Und ihr müsst jetzt mal das ganze Bild mit mir betrachten. Das, worüber wir sprechen werden, ist 1844 passiert. Ist es möglich, ist es möglich, dass eine geschlossene Tür für Adventisten heutzutage kommen kann? Auf zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe wird diese Botschaft sofort ablehnen. Das sind Adventisten, wir kennen die Adventisten, die aber das Fundament von Adventisten ablehnen. und dann eine andere Gruppe, die diese Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit annehmen, und für einen pretext oder anderen entscheiden, das ist nicht mehr die Botschaft, und ich bin deceived, und ich bin weg. Aber dann aus einem oder anderen Grund diese Botschaft ablegen und sagen, ich wurde hier getäuscht, ich gebe es auf. Ist es möglich, dass so etwas heutzutage passiert? Denn wenn das, als das passierte, das waren Menschen, die außerhalb von Adventisten waren. Denn die ersten Adventisten, die waren ja aus unterschiedlichen Gruppen zusammengestellt, aus Presbyterianer, Katholiken, Protestanten. Aber die Geschichte wird sich wiederholen, unter denen, die den Glauben bekennen, die unter der ersten, zweiten und dritten Botschaft leben. Schaut euch das mal an. There was a, let's mark this. Das ist das mal markieren. This is taken from First Selected Messages, page 63. So make sure you got it in your notes, so you can go back and look at it. Ausgewählte Botschaften, im Englischen Seite 63. You are to take no preacher at his word, you are to go back and search the scriptures, and search the spirit of prophecy, and see if these things are so. Und ihr dürft keinem Prediger beim Wort nehmen, sondern müsst selber in den Schriften nachschauen und feststellen, dass es genau so ist. You remember Acts 17, 11, right? About the Bereans? These were more nobler, the members of these were more nobler than those in Thessalonica, and that they received the word of our reigns of mine and searched the scriptures daily, whoever those things were so. Acts 17, 11. 17, 11. Und da heißt es, dass die Berea, dass sie viel klüger waren, weil sie das Wort hörten und prüften, ob es sich genauso verhält. And what did Jesus tell us? Und was sagt Jesus? In John 5, 39. In Johannes 5, 39. The Bible says, Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Da heißt es, ihr forschen in den Schriften, weil ihr glaubt, dass sie dort ewiges Leben findet, aber sie zeugen von mir. All right, but let's look here. Schaut euch das an. The Bible said, there was a shut door in Noah's day. Da heißt es, es gab eine geschlossene Tür in Noah's Zeiten. Now most of you, as soon as you hear that word, you're thinking about the door of the ark closing. Und sobald ihr das hört, dann denkt ihr, das ist die Tür, die an der Arsche geschlossen wurde. Listen carefully. Aber hört genau zu. There was a time, listen carefully, there was at that time a withdrawal of the what? Da heißt es, zu dieser Zeit ist was zurückgegangen? Of the spirit of God. Der Geist Gottes. Sound familiar today? Kennt ihr das? Do we got Adventists on the verge of grieving the Holy Spirit today? Do we have Adventists today that's walking around saying, well, I don't believe the Holy Spirit is the third person of the Godhead anymore? Because that's Trinitarian doctrine. It is true that Trinitarian doctrine believes in three, but they believe one God in three persons. und ja, die Dreieinigkeit, da glauben sie, dass es drei gibt, aber sie glauben, das ist nur eine Person. But as Adventists, aber als Adventists, we believe in Godhead. Da glauben wir an eine Gottheit. Three distinct beings. Da gibt es drei unterschiedliche oder getrennt, drei Personen. One in mind, in einem Sinn. One in character and one in purpose for the salvation of mankind. It's clear from the Spirit prophecy as well. So, yes, we don't know, we don't accept doctrine, we should not accept the Trinity. but we should accept Godhead. That's been our doctrine from the very beginning. Especially when the pioneers saw Ellen White show that Jesus had been in existence before the world was created and from all eternity. And when she wrote there was never a time when Jesus was not. You got other people saying, well, he was way back there eons, eons ago. Brothers and sisters, never was a time when Christ was not. And manche sagen, ja, aber vielleicht in der Ewigkeit kam er, aber nein, es gab keine Zeit, wo er nicht da war. And it's amazing how we emphasize and people start demoting the idea that Jesus is God. Und es ist interessant wie manche Menschen es ablehnen, dass Jesus Gott war. And almost make him on the same level with Lucifer. Und ihn auf den gleichen Level bringen wie Lucifer. But according to the book Patriarchs and Prophets, only the Son of God could enter into the counsels and purposes of God. Da ist es nur der Sohn Gottes konnte mit Gott selbst beratschlagen. Lucifer could not. He was a created being. Though he had great knowledge, he was not divine. The Son of God was divine. And somebody said, well, where is the Holy Spirit? Und dann fragt jemand, ja, aber wo ist der Heilige Geist? He doesn't mention the Holy Spirit in Patriarchs and Prophets. You're right, you know, the Holy Spirit is not there, right? Huh. I wonder how Ellen White wrote that. Frag mich, wo Ellen White das geschrieben hat. How does she write Patriarchs and Prophets? Wie hat sie Patriarchs and Prophets überhaupt geschrieben? No, 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 I'm just talking to you now. You know, you hear people give these, you hear these objections to the Holy Spirit. My simple question is, if the Holy Spirit is not there, and you're trying to promote the idea that he's not there, and that Ellen White's quotation is not showing him the Holy Spirit there, and man möchte diese Idee unterstützen und zu sagen, dass Ellen White gesagt hat, dass der Heilige Geist nicht da ist, then how is she writing it? dann ist die Frage, wie hat sie das überhaupt geschrieben? Don't we believe in the spirit of prophecy? The Holy Spirit is speaking through prophets? And if the Holy Spirit is speaking through the prophets, that means the Holy Spirit had to be present in order for the narration to be written. Und wenn der Heilige Geist durch Propheten spricht, dann muss der Heilige Geist auch da sein, wenn die Personen das schreiben. You can do what you want to do, but I just want to let you know. But going on, it says God himself gave the, listen, God himself gave the shut door message. What is the shut door message? My spirit shall not always strive with man. Alright, so immediately, what's going on? What's the shut door message? In Noah's day? zu Noah's Zeiten? Come on, talk to me. Redet mit mir. The Holy Spirit no longer, what? Striving with man. Dass der Heilige Geist nicht länger mit dem Menschen, wie heißt es hier? Genesis 6, 3. Ja. Dass der Heilige Geist nicht länger mit dem Menschen rechten. Rechten. Mein Geist soll nicht immer, für immer mit den Menschen rechten. Notice very carefully. Schaut ganz sorgfältig. Listen carefully now, that was one. Das war Nummer eins. There was a shut door in the days of Abraham. Es gab eine geschlossene Tür zu Zeiten Abrahams. Mercy ceased to plead with the inhabitants of Sodom. Now let me ask you a question. What does the statement just say? Mercy ceased to plead with the inhabitants of Sodom. Question. Just a question. How does mercy plead? It's only one way mercy can plead because mercy itself is what is mercy? Es gibt nur einen einzigen Weg. Was bedeutet eigentlich Gnade? Hm? Titus 2 verse 12 Okay. Titus 2 12 says what? Titus 2 12 I want you to think for a moment I want you to think about the statement and put in its proper life. Mercy ceasing to plead is dealing with the work of the Holy Spirit restraining and convicting men's hearts that 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 you see mercy ceased to plead for the happiness of Sodom Gnade hat aufgehört zu bitten. Und alle außer Lot mit seiner Frau und den Töchtern wurden alle anderen verbrannt. Und wenn ihr noch mehr herausfinden wollt über Gnade und den Heiligen Geist dann werdet ihr finden dass das zusammen gehört. Look a little closer with me. The Bible says here there was a shut door in Christi Tagen. The Son of God declared to the unbelieving Jews your house is left under you desolate. Now where's it? It's going to be closer. Alright. So far when Jesus told the Jews their house would left on you desolate what happened here? What was being withdrawn? Was it just Jesus walking out the temple as well? Or was it Jesus walking out the temple and the spirit of God also being withdrawn? War es einfach nur dass Jesus aus dem Tempel hinausging und raus oder war es auch dass der Heilige Geist sich von dort wegzog? Is Jesus walking out the temple and the spirit of God also being withdrawn from the unbelieving leaders who have rejected Christ as Messiah? Und der Heilige Geist zieht sich ebenfalls zurück von den Führern die Jesus Christus als Messias abgelehnt haben. Aber haben sie den Heiligen Geist betrübt indem sie das getan haben? Because Jesus gave evidence of his ministry and of his Messiahship. Denn Jesus hat ihnen ja Beweise gegeben und gezeigt dass seines Dienstes und dass er der Messias ist. Ich möchte dass ihr das weiter seht. So now watch this. Schaut euch das an. Looking down the stream of time to the last days the same infinite power proclaimed through John these things said the Lord which is holy he that is true he that hath the key of David he that open if no man shut up. Und da heißt es während er in die Zukunft gesehen hat in die letzten Tage dann sagt dann sagt diese Kraft diese ewige Kraft durch Johannes in Offenbarung Kapitel 3 Vers 7 und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia sage der den Schlüssel Davids hatte öffnet sodass niemand zuschließt und zuschließt sodass niemand öffnet Und ich habe in der Vision gesehen und glaube immer noch dass es eine geschlossene Tür gab 1844 Und hier geht es nicht nur darum dass Jesus von dem Heiligen in Allerheiligste gegangen ist und dort die Tür geschlossen hat nein hier geht es um die Menschen die die Botschaft abgelehnt haben und wie der Geist von denen sich zurückzieht Alle die dieses Licht des ersten und zweiten Engels gesehen haben und es abgelehnt haben wurden in Finsternis zurückgelassen Passiert das jetzt auch unter uns oder warten wir noch bis etwas anderes passiert oder schauen wir oder schauen wir einfach nur zu wie Menschen sich Irrlehren zuwenden und die sogar neben uns sitzen Und dann sagen wir wir müssen nicht so strikt sein wenn es um Sabbat geht Du kannst auch alles tragen was du willst am Sabbat Nein Du kannst es nicht Du kannst es nicht Du möchtest anziehen was du möchtest dann Dann kannst du auch zu einer anderen Gemeinde gehen Aber am Sabbat musst du das beste Gott geben Habt ihr schon mal Zeugnisse für die Gemeinde Band 6 gelesen? Your clothes ought to be put aside and they ought to be clothes that you don't even wear through the week Your shoes ought to be shined and your shirts ironed and neat Where do you think you're going? If you went to go see the president of this country would you go in blue jeans? You would put on your best outfit and yet this liberal idea has come in undermining the testimonies of the church on the proper Sabbath attire We got preachers and ministers sitting up on Sabbath in T-shirts and sweatpants and walking around with holes in the bottom of the jeans and talking about something Amen everybody Let's pray and worship God in the holiness Where do you think you're at? If you want to go to a carnival if you want to go to a fair and dress like that that's fine But not in the house of God If you got children running around you need you need to get a hold of them You're in the house of God You're a parent who don't want nobody touching your children and you keep your children and take them where they need to be and teach them how to reverence the house of God Don't you know brothers and sisters we're in the last days you think God's accepting just any type of worship from us are we getting like Cain I give God whatever I want he ought to accept my offering I don't need to offer a lamb I work the ground he ought to accept my fruit are we becoming like that no reverence for God no fear for God and the ministers ought to be shot ought to be taken out and reprimanded and reprimanded you know reprimand means why because they set the standard for the congregation for the congregation will rise no higher than its preacher and the preacher lower the people lower to stand and if you don't believe me if you think I'm trying to be picky here I'm just trying to see you need to pick up your Bible and you need to have revival with the Bible and the testimonies to this church we are not just another church we're part of a movement that's headed for the heavenly Jerusalem and God has not changed his requirements we're practicing different things that's going on I'm talking about the shut door let me take you a little bit closer you're looking at me like I'm in left field somewhere okay let me help you a little bit closer let me take you here for a minute let you tell me about this what is this what is this how do we get to this point I'll tell you how we got there for a few years ago we told the people in a general conference session we asked not to ordain women as pastors that's the first step it was it was a general conference decision and according to the spirit of prophecy and all we understand and our bylaws when a church votes in open session like that in the working policy manual book not your church manual but the working policy manual that the presidents of the conference had we are to abide by the decision of the church at large as in session and what do we do right after that North American division went rogue excuse my words rogue they went wild I call it rogue in this case went wild in rejecting what the decision was in the general conference meeting and North America had they did not accept they did not they went rogue they but the general conference tell them what I mean yeah but the general conference they decided not to do it no the general conference passed it said no okay okay so the general conference had said nein we werden keine ordinieren aber Nordamerika sie sind wild geworden und haben diesem gebot nicht befolgt and so we had Potomac conference and other conferences saying it is okay we are going to ordain women anyway and so hatten wir verschiedene Konferenzen die gesagt haben wir werden sowieso trotzdem Frauen ordinieren I'm going to ask you right quick where is it at where is it at I need to know because my Bible tells me and I've been an Adventist for 40 years and my Bible says to the law and to the testimony if they speak not according to this word it's because there is no light in it where is it at I need to know and I'm not talking about twisting those scriptures either it's not there so why are we doing it it's almost like when Paul wrote to Galatians and said oh foolish Galatians who has bewitched you it's so as if Paulus to the Galatians schreibt wer hat euch verzaubert and then so we go from women ordination yielding to the pressure of the world and the public opinion and the financial benefits from the governments and incentives that's why we did it but you're not supposed to ask those type of questions you're supposed to be passive individuals going along whatever the leadership said god has not made us puppets but he has made us and I tell you again men and where is masculinity and men today it's dead it's dying where is it but I got news for you but I got news for you god gonna raise up some god and some of them are sitting right here in this audience men and women it's gonna stand for right though the heavens fall and if it means standing alone so be it but my faith does not stand just in denominational policies my faith stands on the word of god this is where my faith is at if my faith was just in the church I've been out of church a long time ago because some people in these churches will do things to you and brethren will do things to you that if you were not looking at Jesus you would be somewhere far away but Jesus told you how to pray for them and walk back in next Sabbath and love them anyway not because you're stupid or passive but because you love Jesus and you care for the souls of men you can endure their foolishness it'll come to you later listen so notice this is an abomination something like that what did testimonies volume 5 tell us she said that she said as we get down to the ceiling time y'all remember some of you listen some of you are as old as me some of you are 65 years old you're as old as me and older you know what the council said back in the day about the ceiling she said the seal of God will never be placed on a world loving man or woman she said that 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 she said no will it be placed on an ambitious man or woman es wird auch nicht auf einen Mann oder Frau gesetzt der weltlich ist she said the people that will be sealed will be those who are weeping between the porch and the altar for their sins and the abominations that were done in the land but also in the church sondern es werden diejenigen in den Siegel bekommen die vor dem altar weinen sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb read testimonies volume 5 page 210 to 217 und da steht in Zeugnisse Band 5 volume 5 page 210 to 217 und bis 217 the pastor that did this der Prediger der das getan hat he should have been taken out of office er müsste eigentlich von seinem Dienst befreit werden amen you take me you listen you won't even let us you will reprimand a man that comes in and preaches the third angel's message straight and you'll sit there and tell those people don't listen to him and don't go to him da kommt der Prediger und verkündigt die dreifache Engelsbotschaft und man sagt zu ihm hört nicht auf ihn er darf nicht predigen and you'll put him to the side and you'll say he's not don't let him preach und man drückt ihn zur Seite und sagt dann lass ihn nicht predigen and yet you'll turn back around and bring up a pastor that practices abomination comes right off the set I'm bisexual contrary to biblical teachings und was passiert hier da kommt ein Prediger der Bisexuell ist komplett entgegengesetzt der Bibel but it's okay aber das ist okay it's not okay es ist nicht okay and sin is sin und Sünde ist Sünde Bisexuality is sin Bisexualität ist Sünde Adultery is sin und Ehebruch oder Unzucht ist ebenfalls Same-sex situations contrary to the Bible is sin Unzucht ist Sünde und gleichgeschlecht Sin doesn't change Sin has not changed and now we got this psychological psyops going on where brother we don't want to hurt nobody's feelings you know God is love and you ought to be more conscientious about that und jetzt haben wir diesen sentimentalen Irrtum wo jeder sagt du darfst die Gefühle des Anderen nicht verletzen wir müssen uns gegenseitig lieben seriously ernst I'm asking you und ich frage euch ist das euer ernst so we're supposed to go by feelings of people's feelings more than we go by the principles of the word of God you want to go to a Baptist church in Pernkhaus where that's accepted you go ahead but not in Adventism God has not given us a spirit of fear God has uns nicht einen Geist der Angst gegeben of power, love and a what sondern der Kraft sound und der Liebe und von Besonnenheit a sound mind has to think und die Besonnenheit sie muss denken he doesn't move by emotion only sie bewegt sich nicht nur durch Gefühle sometimes you have to think and stand on principle in spite of fact he sympathizes he understands but the principle says you can't go but so far sondern manchmal müssen wir denken und trotz unserer Gefühle auf Prinzipien bauen but you'll believe you'll see it so I just want you to see but you'll see it but you'll see it this is totally wrong that was totally wrong that was totally wrong that was totally wrong thank God for somebody in a union here and thank God that here in dieser Vereinigung that said er sagte this should not have happened this should not have happened and that it was unbiblical the pastor's position is unbiblical und das war unbiblich die Position des Predigers ist unbiblich everybody in the conference is not gone und nicht jeder in der Konferenz ist soweit es gibt immer noch welche die wissen was richtig ist amen to that amen amen that's right and it needs to be some more of us who know who's right and stand for it und es muss noch mehr von denen geben die wissen was wahr ist und dafür auch einstehen but let me take you someplace else let me take you let me take let me just give you an idea so if there's a shut door ich wollte euch nur damit eine Idee geben es gibt eine geschlossene Tür if there's a shut door in Jesus' day es gab eine geschlossene Tür zu Jesu Zeiten alright listen careful she says here looking down through the stream of time I'm gonna take you right here sorry about that looking down through the stream of time to the same infinite power proclaimed through John no no don't read that go down to where it says all who saw the light of the first and second angels messages and rejected that light were left in darkness und da heißt es alle die die erste und zweite Botschaft angenommen haben aber es abgelehnt haben nachher wurden in der Finsternis gelassen now if history gone repeat itself and we know it does wenn die Geschichte sich wiederholen wird und wir wissen dass es tun wird das haben wir in Prediger 3.15 Geschichte wird sich wiederholen what's gonna happen let's break it down to our time lasst uns das mal auf unsere Zeit übertragen are the first and second angel messages still relevant is die erste und zweite angels Botschaft immer noch wichtig für heute so what's gonna happen was wird also passieren to those who profess Adventists die vorgeben Adventisten zu sein and they begin to and they start rejecting the first and second angels messages in our time they want to go to church they want to keep the Sabbath but they don't want to hear the first or second angels messages or the third especially what is getting ready to happen to God's people was wird dann mit diesem Volk Gottes passieren if this history is true and it is what's gonna happen to those who reject the first, second and third angels messages was passiert dann mit denen die erste und zweite Botschaft ablehnen sehr sehr bald she says all who saw the lie the first, second, third angels message and rejected it were left in what first of all darkness darkness where in Finsternis zurückgelassen where in the church in the church what I thought the church is the light of the world I thought the church is the light of the world how can people be sitting in darkness while sitting in light it is because they have rejected the very message that's the heart of Adventism the Grund is that they have rejected the very message that's the heart of Adventism that's the heart of Adventism der Adventbotschaft ist listen carefully listen carefully and here we go never here go another group and those who accepted and received the Holy Spirit und die die es angenommen haben und den Heiligen Geist empfangen haben which attended the proclamation of the message und der Heilige Geist begleitete diese Verkündigung der Botschaft from heaven die vom Himmel kommt and who afterwards und die aber später let's break down afterwards lasst uns das Wort später nochmal anschauen was sind das für Menschen who is the afterwards talking about this is people who've been in the church for a while das sind Menschen die schon länger in der Gemeinde sind and suddenly they become even disgruntled und dann werden sie entweder enttäuscht they don't study anymore oder sie studieren nicht mehr they believe they know the truth sie glauben sie wissen die Wahrheit but for some reason or another but for some reason or another that only God knows and only God knows and by the way if they're practicing secret sins und nur so nebenbei wenn sie heimliche Sünden begehen eventually they no longer want to hear the message that brought them in früher oder später wollen sie gar nicht mehr die Botschaften hören die sie am Anfang in die Gemeinde geführt haben it says those who accepted it and received the holy spirit which attended the proclamation of the message of heaven from heaven who afterwards renounced their faith and pronounced their experience a delusion und diejenigen die das angenommen haben aber später abgelehnt haben sie und ihren Glauben ablehnen und sagen es war eine Täuschung it says thereby rejected the what und dadurch haben sie was abgelehnt the spirit of God and it the spirit of God no longer pleaded with them sie haben den Heiligen Geist abgelehnt und der Heilige Geist wird nicht länger für sie bitten this is the danger that we're in today is the danger in der wir heute sind while we become passive when we need to speak the truth worrying about people's feelings and men's and respect their persons brothers and sisters God has not called you to be fearful Gott hat euch nicht berufen ängstlich zu sein he's not called you to be fearful of any man er hat euch nicht berufen vor irgendeinem Menschen Angst zu haben don't you see where we are the people are dying die Menschen sterben and I mentioned yesterday about COVID-19 und wir haben gestern nicht mal COVID-19 erwähnt and God has to heal God can heal many of God can heal us oder haben es erwähnt und Gott kann viele von uns heilen aber wir müssen auch zugeben dass wir etwas Falsches getan haben als eine Gemeinde wir haben unsere Menschen in die Ehre geführt habt ihr über all die Nebenwirkungen gehört unsere Menschen sterben an Krebs aber das ist normal Pastor yes ja no nein da waren einige mit Krebs das weniger wurde die wo es komplett weggehen am heilen war and after they got injected aber nachdem sie ihre Spritze bekommen haben their cancer speeded up much more rapidly than they ever expected da ist ihr Krebs so schnell größer geworden man hat es gar nicht erwartet when it was in remission wo es doch gerade zurückging aber das ignorieren wir aber wir wollen ja politisch korrekt sein wir wollen ja politisch korrekt sein politisch korrekt während unsere Freunde oder jemand anders dort im Grab liegt denn niemand wollte irgendetwas sagen niemand wollte darüber reden was Gott eigentlich dem Volk verheißen hat und wenn man dort weiter hineinsteigt findet man heraus dass es dort um sehr viel Geld und Korruption geht wie konnten Menschen Millionäre werden in einer weltweiten Krise wer hat dort das Geld gemacht 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 somebody made the money somebody made blood money jemand hat Blutgeld gemacht jemand hat Blutgeld gemacht jemand hat Blutgeld gemacht you don't think about it habt ihr darüber nachgedacht es ist nicht wichtig until it comes to you bis es irgendwann auch euch until it's your daughter your son your aunt your mother your father sitting there your best friend sitting in the hospital sitting there shaking or his organs are failing bis es dein Bruder deine Schwester deine Mutter oder dein Vater ist dein Freund der dann dort im Krankenhaus oder im Rollstuhl sitzt heart attack laying on the floor like this and the body can't control themselves this is not a figment of my imagination das ist nicht etwas was ich mir ausgedacht habe and then on all of it you still don't believe that we're in the time when we're in the last days and the end is near da glaubt ihr immer noch nicht dass wir in der endzeit leben und das ende sehr nah ist seit wann in deutschland have you been censured and suppressed for saying something giving your opinion about something seit wann in deutschland wurde man zensiert und unterdrückt nur dafür dass man seine eigene Meinung gesagt hat this country had religious liberty and civil liberties as well as america and your civil and religious liberties are born from the protestant reformation and since when now all of a sudden does social media have the right to just censure everybody in a protestant born nation in a nation in spite of fact everybody claims people say they don't believe in god now and they got all this new age and esoteric foolishness going on in einem land das aus der von den protestanten abgeleitet ist und abgesehen von all denen die sowieso nicht an gott glauben die freiheiten von diesem land baut auf christlichen prinzipien auf don't you ever forget it vergisst es niemals an dem tag wo man die protestantische christentum entfernt das ist der tag an dem ihr die bürgerrechte und letztendlich dann auch religionsrechte verliert ihr glaubt es nicht dann schaut euch um er hat es überall soziale medien unterdrückung und dann weil menschen so gehirngewaschen sind und den medien glauben sie suchen nicht einmal mehr und forschen nach als wir aufgewachsen sind könnt ihr euch daran erinnern als wir in der schule waren und wir mussten dann irgendwas recherchieren kennt ihr diese alten Tage noch und da haben wir ein Buch nach dem anderen aufgeschlagen und mussten all die Informationen daraus filtern was ist damit passiert menschen denken nicht mehr sie folgen einfach wohin auch immer und sie sagen spring dort von der klippe denn das ist die beste Art und Weise wie du Liebe zu deinem Nachbarn zeigst würdet ihr dann einfach von der klippe springen wir würden das tun und ja man hat uns psychologisch hat man mit uns gespielt und Menschen haben die Fähigkeit verloren von cause to effect lass mich zum Abschluss kommen ich wollte euch nur eine Idee geben hier der Geist Gottes die geschlossene Tür und der Heilige Geist wird zurückgezogen und zwar von denen die die erste und zweite Botschaft abgelehnt haben in unserer Zeit und für diejenigen die das empfangen haben aber später abgelehnt haben wegen einem oder anderen Grund genau dort sind wir jetzt gut listen to what she says these might have a form of godliness sie mögen eine form von Gottesfurcht haben und auch vorgeben Nachfolger Christi zu sein listen to this but having no living connection with God aber sie haben keine lebendige Verbindung mit Gott they will be taken captive by the delusions of Satan und sie werden gefangen genommen durch die Täuschungen Satans where did she get that from where is that coming from they might have the what form of godliness sie mögen die form der Gottesfurcht haben und vorgeben dass sie Nachfolger Christi sind but having no what aber sie haben keine lebendige Verbindung mit Gott was haben sie nicht eine lebendige Verbindung mit Gott woher zitiert sie 2. Timotheus 3.5 having the form of godliness die form der Gottesfurcht aber sie lehnen was ab die Kraft davon und was ist die Kraft Micah 3.8 Micah 3.8 it says here but truly I am full of power by the spirit of the Lord and the judgment and it says here of judgment and of might to declare unto Jacob his transgressions and to Israel his sin ich aber bin erfüllt mit Kraft mit dem Geist des Herrn mit Recht und Stärke um Jakob seine Übertretungen zu verkünden und Israel seine Sünden note the power they deny the power of the Holy Spirit und seht sie haben die Kraft des Heiligen Geistes verleugnet so what's the shut door was ist also diese geschlossene Tür can that happen before Jesus stands up and sees a discussion yes it can and will it happen will das passieren wird das geschehen yes it will ja es wird and why will it happen und warum wird das geschehen through rejection of truth or neglection of truth indem man die Wahrheit ablehnt oder einfach nur vernachlässigt not can't spend time with God keine Zeit mit Gott verbringen in communion in Gemeinschaft mit ihm you gonna tell me if you're in communion with God the Holy Spirit gonna leave you ich möchte sagen dass wenn man keine Gemeinschaft mit Gott hat dass der Heilige Geist dann uns verlässt no oder wenn wir Gemeinschaft haben wird der Heilige Geist uns verlassen nein our neglect will prove our ruin in Ephesians chapter 4 verse 30 the Bible said what Ephesians 4 verse 30 da heißt es and grieve not the Holy Spirit of God whereby you're sealed to the day of redemption betrübt den Heiligen Geist nicht mit Emil versiegelt wurde für den Tag der Erlösung now what causes what is it that grieves the Holy Spirit was ist das was den Heiligen Geist betrübt Paul tells you in verse 31 Paul tells you in verse 31 let all bitterness alle bitterkeit are you mad seid ihr bitter are you bitter with somebody in the church seid ihr wütend auf jemanden in der Gemeinde vielleicht mit der Leitung did he do you wrong hat er euch vielleicht was Falsches angetan did he tell you couldn't preach this Sabbath und euch gesagt dass ihr diesen Sabbath nicht predigen könnt and tell you we need to sit you down because you know we don't like what you talk about und dass ihr sitzen bleiben sollt weil er nicht mag worüber ihr redet listen shout and wrath you're angry wut seid ihr wütend and it says wrath and anger and clamor and evil speaking gossip be put away from you with all malice das sei von euch weggetan seit allem Bösen warum because if you don't put these things away wenn ihr diese Dinge nicht wegtut you will grieve the Holy Spirit dann werdet ihr den Heiligen Geist betrüben and if you continue and the Spirit of God rejects and leaves you you'll be left to delusions of Satan und wenn ihr das weiterhin macht und der Geist euch verlässt dann werden euch nur Täuschungen übrig bleiben Ephesians 4 32 how do you keep the Holy Spirit and be ye kind one to another tender hearted forgiving one another forgiving one another I have to say it one more time forgiving one another Adventists have a hard time forgiving each other Adventisten haben es schwer sich gegenseitig zu vergeben if you really want to see what's going on in Adventism you let somebody be mad at somebody und wenn ihr wirklich wissen wollt unter den Adventisten etwas dann lass mal einen wütend sein auf den anderen we get so mad when it's time for communion we won't even come to church I'm not going over there way they talk to me und nein er zu mir reden nein you're not going to communion for them und du wirst nicht zum Abendmahl wegen dem gehen they didn't die on the cross for you er ist doch nicht für dich gestorben am Kreuz you went to you're going to communion because Jesus invited you to go your Redeemer who brought you in this faith ihr geht zum Abendmahl weil euer Erlöser für euch gestorben ist und er lädt euch ein und man schaut sich die Menschen an und sagt nein I'm not going really you done took your eyes off Jesus and yes they did you wrong and yes it hurt and yes they took it and twisted the knife and just twisted in your side but Jesus didn't do that to you so why are you denying your personal salvation to be worked out with fear and trembling for the sake of worried about what somebody done to you aren't you dead aren't you supposed to be dead isn't self supposed to die I'm not going over there I don't like what they did to me if you're dead you don't feel nothing the dead know nothing see nothing feel nothing if he's dead I don't like your shirt suit look at those shoes where you get them from what's wrong with you he's dead right he's dead right I push him kidding the dead know nothing the dead feel nothing right he's dead you gotta be dead you got to die to self if you're going to survive this because there'll be people all the time something will always hurt your feelings something will always disappoint you and so the Bible says will people who grieve the Holy Spirit be forgiven and saved in Matthew 12 31 and 32 wherefore I send you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men and whosoever shall speak a word against the Son of Man it shall be forgiven him but whosoever shall speak against the Holy Ghost it shall not be forgiven him neither in this world neither in the world to come now now that is serious now that is serious brothers and sisters remember but you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you and you and you should be witnesses under me both in Jerusalem and in all Judea and to the outermost parts of the earth so let me close you with this with this point we are in the time when we need to receive the Holy Spirit we are in the time when we need to receive the the Bible says and after these things I saw another angel come down from heaven having great power and the earth was lightened with his glory the angel that comes down from heaven in Revelation 18 who is he the Bible said that the earth is lightened with his glory first of all I will tell you that the angel in Revelation 18 is the same angel in Revelation chapter 10 verse 1 the mighty angel that comes down in Revelation chapter 10 verse 1 his face is like the sun whose face is like the sun Jesus in Revelation chapter 1 verses 12 through 16 how do we know that the angel in Revelation 18 is Jesus working through his people how do we know no angel can light the earth with his glory can the world with his herrlichkeit 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 God is not the earth lightened with glory is not the glory of angels and this herrlichkeit um die welt to herrlichkeit 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 in Hebrews in Hebrews 1 the bible says verse 3 it says who being the now listen care if this is talking about the son in context of Hebrews chapter 1 you're dealing with the son how do we know look at verse 1 verse 1 2 and 3 watch now Jesus is not mentioned by name but Paul is referring to the son talking about Christ and Paul exalts Jesus watch this it says having you last spoken to us by his son it says here whom he has appointed heir of all things by whom also he made the worlds who made the worlds the son who did God speak to in times past the prophets but who is he speaking through in the last days his son why his son his son is the creator of worlds now watch what else it says about the son who being what now contextually the son who being the brightness of his glory the son is the brightness of whose glory contextually the son is the ausdruck of whom god's glory it says here it means god the father in this case who being the brightness of his glory the express image of his person who is the brightness of the father's glory who is glory the son question who's glory who's the angel of revelation 18 verse 1 jesus and it's jesus in the form of his people who have his character and will be witnessing through gospel preaching and medical missionary work and publishing and they will lighten the earth with his glory not just with the publications and the preaching but with the formation of christ formed within them as the hope of glory because that's what brings this world to an end when christ is formed within you and christ is formed within me the hope of glory this world can end remember christ's object lessons page 69 when the character of christ is perfectly reproduced in god's people jesus will come what's he waiting on the character whose character his character why is he waiting on that anybody here farmer tell me is the garden waiting on you or are you waiting on the garden when you plant your seeds is the garden saying oh i'll be glad when the farmer get here is that no you are waiting on the garden jesus was a sower he was a farmer he was a horticulturist an agriculturist as well jesus planted good seed the word of god in each of our minds jesus hat den guten samen in jeden von uns ausgestreut and through the power of the holy spirit he's waiting for it to germinate he's longing for it to take full possession of your mind where you soon every thought every action is his thought his action seen in you and er wartet darauf bis er euch ganz ein nehmen kann bis alle eure Gedanken eure taten alles was ihr habt dass es seine Gedanken sind und seine taten genau darauf wartet er so with patience and forbearance and long suffering he waits can you imagine him looking at your house all the time like the farm looking in the garden and he comes over your house looking for his character looking to see if there's a blossom budding in your brain looking to see if somewhere along something is going to take hold of you to the point where you begin to be transformed into his very image and looking for your transformation by your reciprocation of loving God because you cannot be transformed by legalism you can't be transformed by being ultra liberal you must be transformed on the principle of love for only love can change you not force not fear but love love that you experience with Christ and you're willing to reciprocate it's like a relationship with a man and a woman the woman can respond to the man if he shows her love I'm not talking about washing the dishes or sweeping the floor I'm talking about in the conversation because women like to talk they need conversation not just expressions of you work you say I did all the work so you ought to love me but the woman is thinking well aren't you going to say anything how many times you heard this one honey let's go for a walk I'm here right now I'll get back with you later did and you wonder why all of sudden your relationship is getting bad because they need communication they need communion they need spiritual communion from you as a man we are supposed to be leaving out in a home we are supposed to have that communion where the wife and the children understand wow dad is going to have worship this morning I can't wait it's going to be good why because they recognize in your devotion your love for your family for each of the members of your family we've got to ask the holy spirit fill our hearts with the love of god so that will know how to love one another way a day will be a make another love Und sie werden diese Selbstverleugnung haben. Diese selbst aufopfernde Liebe. Eine Liebe, die nicht das eigene sucht. Sondern das Beste des anderen. Das ist die Liebe, die Jesus hatte. Und das ist die Liebe, die auch wir in der Endzeit haben. Und wir werden es bekommen. Und sitzt hier nicht und denkt, das ist unmöglich. Und denkt nicht, das ist für jemand anderen, aber nicht für mich. Wenn ihr Jesus als euren Retter und Erlöser angenommen habt und wisst, dass Jesus nicht lügen kann. Und er euch verheißen hat, den Heiligen Geist zu geben. Und er hat euch versprochen, mit der Liebe Gottes zu füllen. Und dass euch Gerechtigkeit und Frieden geben wird. Und Freude im Heiligen Geist. Er kann nicht lügen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, euch ganz hinzugeben. Ist jemand hier, der sagt, Herr, ich möchte mich ganz dir geben. Ich möchte, dass mein Herz dir ganz mit der Liebe Gottes gefüllt ist. Ich möchte dir treu sein. Und ich möchte meine Geschwister lieben. Aber ich möchte auch treu sein, um die Sünde beim Namen zu nennen. Hilf mir, dass ich mitfühlen kann. Aber hilf mir, dass ich immer auf Prinzipien stehen kann. Und wenn ich irgendwo mich irren muss, dann lass mich lieber auf der Seite der Gnade irren. Vor allem dann, wenn man mit Menschen zu tun hat. Leer mich, wie ich lange Geduld haben kann. Und hilf mir, dass ich Mitgefühl haben kann. Und leer mich, wie ich nahe kommen kann meinen Brüdern. Denn am Ende sind wir alle Brüder. Geschwister, ja. And in the end, I want to see you at the second coming. Da möchte ich euch sehen, wenn Jesus wiederkommt, dann zu uns. I want to see you in that chariot. In diesem Wagen. And I want you to look at me. Und ich möchte, dass ihr mich anschaut. And I want to look at you. And I want our eyes to meet. Und ich möchte, dass unsere Augen sich treffen. Und wenn unsere Augen sich dann kreuzen. I want to be able to look at you and say, we made it. Dann möchte ich euch anschauen und sagen, I want you to tell me, we made it. We made it. We made it. We're with him. Wir sind mit ihm. He's right there in front of us. Schaut euch ihn an. Er ist direkt vor uns. And he loves us. Und er liebt uns. The joy in that day. It's unspeakable. It's unbeschreiblich. The joy, the thrill that will go through your body. That you have immortality. And you're in the presence of God. Und diese Gänsehaut, die durch unseren ganzen Körper gehen wird. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sein werden. Niemand kann uns das wegnehmen. Und es ist für eine Ewigkeit. Und dann sagt ihr euch, I'm not going to lose it. Ihr werdet dann sagen, ich werde das nicht wieder verlieren. I'm not going to lose it. I'm with him. Ich werde es nicht verlieren. Ich bin jetzt mit ihm. Und ihr werdet euch alle umarmen. Wir haben es geschafft. Das ist das, was ihr sagen werdet. Es wird nicht mehr sein. Es wird nicht mehr sein. Und das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Und das ist erst der Anfang. Und das ist die Kinder und eure Lieben sehen werdet. Die von den Toten auferweckt werden. Und sie werden mit euch in diesem Wagen sein. Die Kinder in den Armen der Mutter wieder. Es gibt nichts, was diese Herrlichkeit beschreiben kann. Für alle, die Gott lieben. Und seine Gebote halten. Was für ein wundervoller Tag. Lasst uns beten. Vater im Himmel. Es gibt heute jemanden hier. Der sein Leben dir übergeben muss. Sie sehlen sich nach der Liebe Gottes. Und sie sehlen sich danach, dass ihre erste Liebe wiederhergestellt wird. Und sie wollen mehr wissen. Und mit dir wandeln. Und mit dir reden. Sie haben es für Jahre schon gehört. Aber Herr, sie verlangen nach dieser Erfahrung, die du verheißen hast, dass du sie geben wirst. Und gib ihnen deinen Heiligen Geist. Füll sie mit deiner Liebe aus. Und nimm diese Leere von ihnen. Und diese Sinnlosigkeit. Und füll sie mit der Freude, die die Welt nicht wegnehmen kann. Ein großer Tag steht uns bevor. Oh, Herr, bitte nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Hilf uns bitte, dass wir in unserer Erlösung arbeiten. Und dass dein Heiliger Geist uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert, dass wir ins Bild Christi verändert werden. Und dass diese selbstverleugnende Liebe, die selbstaufopfernde Liebe, dass das unser Herz beherrscht. Und die Motivation von unserer Arbeit. In Jesu Namen. Amen.